Die alten Industrieetagen wurden von der Verwaltung mit Familien besiedelt, weil die Innenstadt nur so überquellt von Menschen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier herkomme. Was ich sagen wollte ist, es gibt da dieses Mädchen, weißt du. Mein junger Freund, dass dir ein Weib den Kopf verdreht hat, ist mir so klar, als hätte man es dir in rosa Runenlettern auf deinen gepuderten Popo tätowiert. Aber ich weiß auch nicht, wo ich sie finden kann. Verstehst du das? Na dann musst du eben anfangen sie zu suchen.